Hallo? Wer seid ihr denn? Was macht ihr denn da? Guckt ihr etwa heute den Adventskalender? Na dann seid ihr richtig. Folge 16 ist an der Reihe und ich weiß nicht, wie ich auf diese komische Ansage kam. Naja, egal. Tag 16 ist an der Reihe und ich hasse es immer noch, dass ich diese Ansage gerade eben gemacht habe. Es tut mir echt leid. Ich weiß ja nicht, was in mir vorgefallen ist. Naja. Tag 16! Und ich bin nur noch am überlegen, was für ein Haus ich brauche. Ich mache mir schon Pläne. Keine Ahnung. Schwarzholzhaun, Stellendruckplatte, oranger Teppich, drei Betten? Okay. Auf jeden Fall gibt es hier viel. Dankeschön. Also echt. Wenn das so weiter geht, hole ich den Wassereimer. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, wo er ist. Gut. Sind ja jetzt auch nur noch 8 Tage. Wie schnell die Zeit umgeht. Wie schnell die Zeit umgeht. Mann! Das sind noch 8 Tage. Und dann ist das wunderschöne Türchen dran. Ja! 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 Okay, ich bin ein bisschen verrückt. Na ja, egal. Danke fürs Zuschauen. Abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Tschüss!